Hallo liebe Leute, ich spiele eine Runde Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer auf der Map. Ich glaube sie heißt Erika Harbour, müsste sie glaube ich heißen. Das ist eine meiner Lieblingsmaps in Bad Company 2. Ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt noch nicht fast zu Ende ist, sondern noch relativ am Anfang. Ja, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Ich persönlich, ich als Konsolenspieler, wohlgemerkt, als Konsolenspieler finde ich Bad Company 2 besser als Battlefield 3. Das liegt aber halt daran, dass ich Konsolenspieler bin und Battlefield 3 auf der Konsole ziemlich abgespeckt ist. Also ich gehe mal stark, sehr 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 stark davon aus, dass Battlefield 3 auf dem PC sehr viel besser ist als Bad Company 2. Aber ich als Konsolenspieler finde dann doch Dings besser. Ähm, Bad Company 2. Was nehme ich denn? Ich würde mal sagen, ich nehme, äh, nämlich einen Leuchtpunkt oder, äh, gute Frage. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen vierfach Zoom, wir nehmen, äh, wop, 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 wop. Äh, ja, und keine Ahnung, fahr, ist mir eigentlich relativ egal. Nehmen wir mal das hier. Rauch, bla bla, bla. Und dann spawnen wir mal hier bei dem kleinen Bushiwuki. Ich hoffe mal, dass es nicht zu laut ist. Äh, geht aber eigentlich. Ja, obwohl, wartet mal, ich mach mal einleiser. So, zack. Jetzt kann ich auch gleich meinen, äh, die neue Flaps-Version ausprobieren, weil die neue Flaps-Version, die splittet die Videos nicht mehr alle fünf Minuten, also, beziehungsweise alle vier Gigabyte, sondern, oder es wird einer reingegangen. Oh, er ist dead. Okay, ähm, ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ich Bad Company 2 besser finde. Es gibt diese komische Animation, diese komische Kletter-Animation auch nicht. Ich fand, weiß ich nicht. Ah! Oh, nein. Okay, äh, vierfach Zoom ist nicht so gut. Ähm, ich fand diese Animation irgendwie immer unnötig. Also, dieses von wegen, wenn ich über etwas drüber springe, dann hält er sich fest und die Beine fliegen so drüber. Also, wisst ihr, was ich meine? Das fand ich immer unnötig. Das einzige Spiel, was es wirklich gut umgesetzt hat, meiner Meinung nach, war eigentlich Mirror's Edge. Und bei dem Rest war es eigentlich relativ unnötig, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur an mir. Also, ich fand das jetzt nicht so notwendig. Okay, das ist jetzt aber irgendwie auch kacke. Ähm, wo ist denn einer? Da oben ist er irgendwie... Da oben ist er. Ah, eins und zwei und drei. Das sind sie ja alle. War's das? Ich werde von irgendjemandem ins Wiesel... Oh, fuck. Oh, was ist? Hallo. Der interessiert sich gar nicht für mich. Der interessiert sich mal so gar nicht für mich. Der fährt einfach vorbei, so... Don't care. Okay, äh, entschärfen wir? Ich will's mal hoffen. Fuh. Ah, okay. Der Panzer muss zuerst weg, also... Gut, ähm... Ich würde sagen, der Panzer ist dann wohl mal meine Aufgabe. Ähm, wie machen wir's denn? Ich würde sagen, wir nehmen das und das und, ähm... Die UMP. Dynamitpack, dat und... Ja, ist eigentlich scheißegal. Ja, kümmert euch mal drum. Oh, fuck. Ah, fuck. Ich weiß, also... Äh, ich muss eigentlich das Dynamitpack mitnehmen, aber... Ich kann, ähm, das normale Visier von der UMP nicht leiden. Aber die UMP ist halt leider die beste Waffe davon. Das ist eigentlich ganz cool, dass du hier sitzt. Auch wenn du zwar... So gut wie überhaupt nicht, äh, nützlich fürs Team bist. Aber ich kann ganz gut bei dir spawnen. Bup. Ich hab nicht getroffen, verdammt. Äh, vom, wo werd ich getroffen? Oh, man. F2000, ey. Das Ding schießt schneller als, äh... Ähm, äh, 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 äh... Ein, äh, ein 14-Jähriger beim ersten Mal. Uuuuh. Okay, das war jetzt nicht so toll. Ähm, wir nehmen mal, wir nehmen mal die AKS. Uuuuh. Ja, wir nehmen mal. So. Und du sitzt hier immer noch. Das ist echt geil. Ähm, ich würd ganz gerne mal... Äh! Durchquetschen. Das war jetzt nicht mein Kill, aber egal. Ich bin hilfreich fürs Team. Haha. Holy Crap. Oh, jetzt hab ich irgendeinen Medic aufgenommen, der nicht mal, äh, äh, ein Dings hat. Äh, äh, weder Medikit noch Defi. Und ich werd von allen Seiten beschossen und bemörsert und was weiß ich alles. Ich krieg ja alles ab. Ah! Ich will da nicht hochklettern, ich will da durch! Ich... Genau die, die meine ich. Kommst du her? Ah, ich treffe ihn natürlich nicht. Hab ich ihn mit dem Ding treffe? Das ist wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, oder? Bup, verdammt! Ich, naja, das kann ich vergessen. Aber mit der RPG brauche ich dann gar nicht jetzt draufschießen, wenn ich ihn nicht anvisieren kann. Ah, schon kaputt. Hat sich erledigt. Okay, davon habe ich noch welche. Habe ich das hier? Ne, eben nicht. Okay, da ist einer bei B. Haha. So, wie viel spielen wir eigentlich, weil bei Batcom... Oh Gott! Ah, fuck! Ich wollte gerade auf den Score gucken, verdammt. Das ist nicht gut. Da geht jetzt 100% zu B hoch. Ja, aber er lässt sich Zeit, das... Verdammt. Komm, 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 komm. Komm! Ich will dann nur spawnen. So, ich würde sagen, wir gehen runter, weil ich wette, es ist noch einer von denen. Oh, fuck. Überraschung. Ich habe ihn doch getroffen. Oh, Mann. Okay, aber jetzt mal ernsthaft. Wie viel spielen wir? Das sind aber doch relativ viele. Und ich bin vorletzter. Oh mein Gott. Komm, lass mich spawnen, bitte. Bitte. Danke. Da war ein gegnerischer Sniper. Oh nein, ich habe keine... Wieso? Ah! Boah! Haha! Hahaha! Oh Gott! Und jetzt wurde ich von einem Mörser erwischt, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte... Ach, ne... Das ist, glaube ich, eine Shotgun mit Magnum. Okay, ähm... Leuchtpunkt bringt mir hier relativ wenig. Ich glaube, ich nehme mal die... stinknormale... Pistole hier. Hat jetzt zwar nur sieben Schuss, aber okay. Spring! Schafft er es, ich hoffe es. Ich hätte noch mal, falls er drauf geht. Und wir sind durch beide drauf gegangen gerade. Ja, ich glaube, die haben noch verloren. Ich glaube fast, dass wir B verloren haben. Ja, da ist halt der, ja, das schaffen wir nicht mehr. Dann spawne ich gar nicht erst, sondern spawne hier. Okay, mal sehen, ob irgendwer mit dem Wagen durchfahren will. Oh, warte, wir schießen aber mal sinnlos ins Haus rein. Hm. Okay. Diese Stille. Ich habe Angst, ich wette, irgendeiner schleicht sich schon durch. Das hätte ich nicht so gerne. Und... Hä? Äh? Ach, fuck. Kann man die Tür nicht mehr aufmachen? Oh. Hallo. Ähm... Konzentriere ich mich auf B oder auf A? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde sagen, ich gehe zu A. Weil ich glaube, A ist einfacher einzunehmen. So. Sind sie auf der Brücke oder unten? Dra... Da liegt schon einer. Ho, ho. Ist das, Mensch. Ist das lustig. Ah! Lass mich... Oh, nee, 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 nee. Du sollst mich dann noch hochlassen. Danke. Okay. Oh, Gott. Einfach mal sinnlos spotten. Vielleicht... Uäh! Kommst denn du her? Gott sei Dank war der Typ dämlicher als ich. Und er hat seine schlechte Waffe als ich. Aber hey! Äh, diese Mörser. Sind das überhaupt Mörser? Ich weiß es gar nicht. Für mich klingt alles wie ein Mörser. Was irgendwie Explosionen verursacht. Seht mal, Mörser. What? Hey, mit... Wo ist er? Ich hab ihn... Ich hab ihn nicht gesehen. Ach, ne... Ja, geil, ne Drohne. Hallo, danke. Ah! Wo ist die Drohne? Okay, lad nach. Wieso? Der will doch nicht sterben, ne? Nö. Das sieht ja gar nicht ein, dass der sterben soll. Ich seh auch nicht. Das ist zum... Scheiße, wir haben Scharfschützen! Kann ihn jemand... Wo war der? Wo ist der? Ähm... Ich würd' ganz gern die Kamera drehen. Ich hab grad keine Ahnung, wo der ist. Ähm... Ich wechsle mal eben auf einen Sniper. Warum, weiß ich gar nicht. Ich kann ihn gar nicht so wirklich snipern. Aber egal! Ähm... Er macht eigentlich mehr Schaden. Ich würd' sagen... Die Erste macht eigentlich am meisten Schaden. Ähm... Blub, blub, blub. Ne, blub. See... Nein, wir machen den Mörser. Dann machen wir... Den 12-fach Zoom. Das Spektiv. Und... Mir egal. Zack. Feindliche Sprengladung. Geht hin! Oh, Mann. Okay, jetzt komm ich mit meiner... Barretta. Oder... Rafika. Oder wie man sie rum... Weil ich glaub 93 ER heißt die, glaub ich eigentlich. Aber... Entschärft er oder Entschärft? Äh, ist eigentlich auch egal. Hauptsache einer von uns entschärft. Perfekt. Gut. Ja. Ach, er mit seiner komischen Schrobflinte. Die aussieht wie ein MG oder wie auch immer. Jo, er macht scharf. Ähm... Sanitäter, blibla blub. Defi, Mad Kid, abgehört. Zack. Und ab geht's. Schau, wie das noch zu... Ah, es ist ein weiter Weg. Und dieser Weg wird steinig und schwer. Mensch. Da krieg ich doch das Kotzen. Ich musste was trinken. Es ist schweine warm. Ist es bei euch auch so warm? Wow. Ah, guck mal, da liegt was Totes. Nein. Bist du tot? Ha, bist du nicht. Scheiße, Scharfschütze! Ist da noch irgendwas Totes? Nö. Cool. Okay, ähm... Die Schrobflinte war jetzt vielleicht nicht so intelligent. Bei genauerer Planung meiner Idee. Pickle-Woo. Aber so geht's auch. Ich warte einfach und lass die schießen. Der wird mich, glaube ich, hassen, weil ich ihn immer in der Schusslige wiederbelebe. So. Also. Das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so die dumme Idee gerade. Ich bleibe einfach hier drinnen und belebe wieder. Äh, raus will ich jetzt nicht unbedingt. Da werde ich, ähm... Na, komm her. Ich hab dich gesehen. Der kommt schon von da. Der will das hochjagen. Yeah, geheilt. Hallo. Oh Gott. Ähm. Ja. Ihr seid hier versorgt? Gut, dann verziehe ich mich. Oh nein. Er braucht Leben. Oh Gott. Ah. Hallo. Hier. Heil dich. Und heil mich. Ich wollte dir nur helfen. Bleib mal locker. Dann halt nicht. Arschloch. Undankbarer Penner. Okay, da raucht's. Ähm. Oh man, jetzt ist nicht gut. Jetzt haben wir so gut wie gar keinen, äh, gar keine Deckung. Ich geh mal hier eben nach hinten. Schlick hier. Ah, fuck. Oh, jetzt haben die auch noch einen Panzer. Das ist doch nicht der Ernst. Ähm. Ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist, aber ich würde ganz gern... Okay, nein, das ist nicht so gut. Zack. Zack. Und los geht's. Schnell zu A hin. Äh, zu B hin. Okay. Wir haben schon... Ach, wir haben schon den Scher... Ja, toll, jetzt hab ich natürlich... Ähm, wartet mal. War hier nicht irgendwo so ein komisches Raketenschieß gedöhnt? Da ist es doch. Vielleicht krieg ich ja damit den Panzer. Komm schon. Stell dich da hin, bevor er dich bemerkt. Komm schon. Geh weg. Dich und... Dich. Ich glaub, du bist ja schon kaputt, aber... Oh, Gott. Nein, du hast noch genug Munition. Ah! Ich seh ihn nicht mehr. Ich hab Angst. Da ist... Ah, fuck. Ähm, Mist. Da hat mein Kopf noch rausgeguckt. Oder? Ah, nee, gar nicht. Nee, das war gar nicht der, glaub ich. Oder? Ah, ja auch. Hm. Es ist so unglaublich warm. Ihr glaubt es gar nicht. Hickaboo. Irgendwer zum... Oh, Gott. Muss irgendwer wiederbelebt werden? Hilfe bei Kill. Super. Na, da waren wieder zu viele. Ich glaube, ich mach die Wasserflasche gar nicht erst zu. Das ist vielleicht sinnvoller. Okay, aber ich glaub, B halten wir momentan eigentlich ganz gut. Und die haben auch nicht mehr so viele Tickels. Also... Tickel... Hab ich ja Tickels gesagt? Ach, nein, ich wollte die doch gerade wieder beleben. Nein! Und wie viele Assists hab ich schon bekommen, ey? Ich hab jetzt aber schon diese komische Kill-Assist-Nadel bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Äh, ich hab... Nebenbei so nebenan die ganze Zeit nicht angelassen. Auch nicht schlecht. Und ich glaub, jetzt laufen sie alle zu weh. Ja. Stirb. Oh, Gott. Dinger, geh weg! Ah! Dankeschön. Mr. Bombastic, Alter. So, du wirst wiederbelebt. Ähm, der andere müsste direkt bei Bailey... Oh, nein. Ähm. Hallo, Kumpel. Ich leg das mal irgendwie hin. Ja, genau da wollte ich den Namen. Ne, da will ich's auch nicht hinhaben. Ich will's, äh... Shit. Shit. Okay, ich hab glaub ich sogar irgendwas freigeschallt, wenn ich... Äh... Ach, ein Lichtpunkt. Ach, nur den brauch ich aber eigentlich gar nicht. Oh, Mann. Okay, das wird jetzt schwer, die zu entschärfen. Weil überall Gegner rumrennen. Oh, Mist, 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 Mist. Da war auch wieder ein Gegner. Ich hab jetzt keinen Bock, dass der mir gleich in die Flanke fällt. Hallo? Woher hin? Ich glaub nicht, dass... Das können wir, glaub ich, gar nicht entschärfen. Die... Ja, genau. Die haben alles mit Mörsern und mit Snipern alles zugehauen. Ja, hab ich mir gedacht, äh... Wären wir im Leben nicht reingekommen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist das, glaub ich, auch das Schwerste zum Einnehmen, weil man hier einfach in den Häusern sich vercampen kann. Äh, ich meine, taktisch warten kann. Und dann hat man's eigentlich. Hup. Fische... Oh Gott! Yay! Meine Fresse! Das kann ich mal bei mir gespawnt. Hallo? Na, egal. Was juckt es mich? Wow! Ich bin... Batman! Oh Gott! Die... Das war jetzt aber definitiv ein Mörser. Ich will hier rein. Außer das Haus stürzt ein, dann wär ich nicht so gern hier drin. Äh, ja. Mach du mal. Ne, ne, nein! Mach doch nicht, mach doch nicht! Jetzt mach! Oh! Wow, erster Hulk. In klein. Du brauchst Leben, hab ich recht? Wo willst du dich hinstellen? Willst du dich da hinstellen? Da hast du. Guck mal da. Da? Och man. Lass mich doch... Ich hasse es, keine exklusiven Sachen mitzuhaben. Oh, der hat echt alle wiederbelebt, die es irgendwie wieder zu beleben gab. Mist. Ich glaub, ich verliere das. Ja, ja, ich verliere das definitiv. Das kann ich eigentlich nur verlieren. Ähm. Was ich ein bisschen doof finde bei dem Spiel, ist, dass man eine Schropf hinternehmen muss, um C4 tragen zu können. Das ist, äh, nicht so pretty. But, was soll's. Ja. So. A ist, glaub ich, unten. Ich glaub, B war auch unten, aber egal. Oh, ja, ich kann sogar zielen. Wo bist du? Oh Gott, da sind zwei. Oh Gott, da ist noch einer. Näh. Oh Gott, fuck. Ich hatte Panik. Oh, wir verlieren das so definitiv, aber egal. Ich werd's trotzdem hochladen. Wir haben die Ladung entschärft. Das ist das Besondere an Live-Commentaries. Man lädt einfach alles hoch, egal ob's gut oder schlecht war. Und ich möchte die Augen nicht mehr haben. Ich möchte die... Die, 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 die... Ähm. Die haben. Ich geh hin. Ich geh hin. Die haben die Ladung entschärft. Die haben die Ladung entschärft. Die haben die Ladung entschärft. Versucht mal, Bad Company 2 Vietnam zu spielen. Ihr schafft es nicht. Man findet keine Lobby. Ist ehrlich so. Die haben den Hafen verloren. Die der Hohle haben den Hafen verloren. Ach, Mensch. Schade. Was soll's. Ähm. Ja. Meine Stats. Ich hab 19 Kills, 21 Verluste. Hurra. Die meisten Kills mit der AKSU. Ernsthaft? Da bin ich alleine mit der, äh, LMG da mindestens irgendwie 6, 7 Leute weggebratzt. So. Hurra. Alles klar. Dann. Äh. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, schreibt es rein. Wenn ihr weniger wollt, dann schreibt es auch rein. Ähm. Ja. Ansonsten bewertet es bitte. Egal wie. Wie ihr es für richtig haltet. Und bis denne. Haut rein.